Tag 10, Etappe 9, heute von Vigo nach Gesandtes, kurz hinter Rirondella. Schön hier. Na, laufen wir bergauf? Ein bisschen. Freust du dich? Nee. Was ist los? Ich schließe das doch noch mal an. Wusstest du irgendwelches... Nein. Was sagen? Kein Punkt. Ab heute haben wir weniger als 100 Kilometer, bis nach Santiago. Wie heißt der Abstand jetzt hier? Camino, du bist die Brot. Vigo, alle 100 Kilometer. Wie lustig. Alles gut? Weiter geht's. Hier wäre ein guter Platz für die Donnergüter. Aber es ist tot. Nein. Wie heißt der Abstand jetzt? Die Momente